Patricia Kelly hat sich eine schmerzhafte Kieferentzündung zugezogen und musste infolgedessen ihr Tour absagen. Jetzt gibt die Sängerin ein Gesundheits-Update. Patricia Kelly. Sie hat es ordentlich erwischt. Für eine Sängerin wie sie ist es wie ein nicht enden wollender Albtraum. Seit Monaten ist Patricia Kelly, 54, nicht in der Lage, mehr als zwei Lieder zu singen. Grund. Eine schmerzhafte Kieferentzündung. Im Februar musste sie deshalb ihre Unbreakable Tour endgültig absagen. Doch erst jetzt wird klar, wie beschwerlich der Weg zurück ins Leben wirklich ist. Patricia Kelly. Die Krankheit hat sie verändert. Auf Instagram meldet sich das Kelly-Family-Mitglied, weil besorgte Fans immer wieder nachfragten, wie es ihr geht. Sie versucht, die Leute zu beruhigen. Es geht mir viel besser, allerdings bin ich immer noch nicht in der Lage, ein ganzes Konzert zu geben, erklärt sie offen. Eine ernüchternde Bilanz nach über zwei Monaten Therapien. Doch die Künstlerin bekräftigt, zuversichtlich zu sein, wie ihre Ärzte. Es braucht Zeit, sagt Patricia Kelly. Und diese Zeit will sie sich und ihrem Körper nun endlich geben. Denn die Krankheit hat sie verändert. Die irisch-US-amerikanische Sängerin und Musikerin hat eingesehen, dass es nichts bringt, weiterzumachen, als ob nichts wäre. Das war früher anders. Da hätte sie mit dem Kopf durch die Wand gewollt. Jetzt akzeptiert sie die Mini-Schritte, mit denen es vorangeht. In den sozialen Medien zeigt die zweifache Mutter, wie ihr Alltag aussieht. Ein gesundes Frühstück, kuscheln mit ihren Hunden. Sie nimmt nur kurze Termine wahr, singt maximal zwei Songs. Das schaff ich, das macht mir Spaß und es tut mir auch gut, etwas arbeiten zu können, so die praktizierende Christin. Schon im Februar erklärte sie, dass ihr sonst zu Hause die Decke auf den Kopf fallen würde. Ihr kennt das doch sicher alle. Patricia Kelly Sie lässt sich nicht entmutigen. Pläne für neue, längere Solo-Konzerte scheint es dennoch nicht zu geben. Vielleicht waren es auch einfach zu viele Rückschläge in den vergangenen Jahren. Ihre schwere Corona-Erkrankung, die pandemiebedingte Auftrittspause mit den wirtschaftlichen Ausfällen, ein verletzter Fuß, nun der Kiefer. Den Mut verliert Patricia Kelly trotz aller Widerstände nicht. Ich werde gestärkt aus dieser Phase hervorgehen. Da ist sie sich ganz sicher.